aber es kommt nicht mehr an oh mein gott wie kann man den hasen hier absetzen? ja einfach auf den hasen arsch schlagen hast du meine spitzhacke? hast du meine dir spitzhacke? äh das kannst vergessen ouch kann man nicht abbauen? da kann man nicht abbauen? kann man nicht abbauen gut dass ich Schaufeln dabei habe oder nicht Schaufeln dabei habe would you like? klar hey dann muss ich ah versuch mal hier ranzukommen dungeon request hab ich doch schon hast du gesehen? bist schon drinnen oder was? ja drück enter wo bist du? ne ich muss Cap'n Flausch Cap'n Flausch ich bleib hier ne ich muss den Invite wie war das denn nochmal? äh b t ja wie Invite äh leave party members party list du bist doch in der party drin ja aber ich weiß jetzt hier wo das warte mal ich komm mal wieder raus wo bist du? draußen bist doch drin party list ja aber wenn ich draufklicke dann steht bei mir ähm request permission from leader so jetzt kann ich aber nicht enter klicken ich hab oben einen Brief ja den hab ich party management ähm ich hab die mal kurz rausgeschmissen add member request ich weiß nicht wie ich auf diese Briefe zugreifen kann immer dann ist das ja nicht das Problem warum? ja ich weiß nicht wie ich auf diese Briefe zugreifen kann bist du in das linke oder in das rechte reingegangen? nö in das hier aber ich bei mir tauchen immer oben Briefe auf aber ich muss da irgendwie draufklicken können bist du in der party drin? ja ja sicher ich bin doch bei dir drin siehst du doch oben links ja na geh mal was willst du denn jetzt? tschüss 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 das war nicht party party list ist uninteressant enter ich bin es drunter schön aber es hat nicht nur eine gruppe jetzt kannst du jetzt nicht auch in den gleichen rein und wir sehen uns hier wieder oder wie es ist ich hab nicht mal fackeln mit jetzt bin ich wieder draußen macht du mal eine party auf kräfte party auf dem kopf los spart menschen party Ich muss ja so Request Manage Kick Mehr kann ich auch nicht machen Party List Endmember Nö, haben wir nicht Disbanded Party geht nur das Also Soll ich mal reingehen? Mhm Dann siehst du ja, was ich schmeine So Oh Ich mach's aber so Finish Party Endmember Centus Warum sende ich mal mir? Als erstes Soll ich rollen? Dis So, wenn ich jetzt reingehe Enter Dann siehst du gleich, dass du oben eine Meldung kriegst, ne? Ja Jetzt kannst du aber nicht rein Oh, scheiß Wolken ey Warte mal Das ist ein bisschen kämisch Ich bin drin Okay Oben Ist doch das Notification Daneben Ja, da hab ich ja draufgeklickt Und darüber kannst du dann mit rein schauen Okay Ja, aber der Notification Displays Ja, das ging ja Da bist du jetzt Oh, da bist du jetzt Hm Ich geh schon runter Das ist ein Boss das war es jetzt ja ich höre noch so ein kakti wo lang hier oben lang dass man hier drüben also den hatte ich auch schon als gegner ich habe nur keine spitzer kann ich weiß nicht wo meine dia spitzhacke hin ist glaube ich weiß wo du hast du ne die hier vielleicht ja genau die und nö ihr ficker es geil ne boah ey kotzberg das aber nicht so wie ein neusing die schlimmere von beiden hier geht es nicht weiter nach oben geht es auch nicht weiter da müssen wir mal gucken ob es da irgendwo noch weiter geht darum sind nur löcher drinnen nach hier geht es noch weiter guck mal ja links rechts gerade ich gehe rechts komm mit vor allem von weit weg können die den effekt machen weißt du der effekt zieht sich auf die auf die arschgein dann ja hier hinten vor allem da ist noch ein spawner der geht erstmal an die kiste ran warum die kisten können auch als monster kommen deswegen klicke ich mal auf die kisten da bist du der rennt einfach weg ich renne einfach weiter immer weiter gehen ja einfach weiter gehen weiter nach oben oder weiter den gang rein der gang sieht nichts mehr aus ja hier können wir auch noch hoch gehen hallo ja und hier können wir auch noch lang gehen also ich gehe mal eben kurz hier hoch hier geht auch einen anderen weg nein wir haben eins von drei außerdem außerdem ne was ein von drei groß gegner ach so also hier bei mir ist ja nüßt erst mal die ficker sind wieder hier auch weg da gibt es noch nicht lang ich habe ja keine fackeln mehr ich weiß ja nicht wo wir meine fackeln eingesammelt ich glaube oben war nichts muss man hier wie viele fackeln hast du 20 da hast du doch alle fackeln aufgesammelt nein habe ich hatte keine ahnung paar mit wo gehst du hin gar nicht gerade gehen geht ja eh nur runter geradeaus dadurch am einfachsten oder da ist ein gammel weg hier dafür brauchen wir wahrscheinlich schlüssel ja öffnet sich dann erst ich bin rechts in das kleine loch gefallen bonner kaputt machen wo bist du ja ich hab doch gesagt ich bin rechts ins kleine loch gefallen wasser schon gesagt oh ne torch hey wo kommst du denn her die glitschen einfach hier rum die sich fichern ey kommen die eigentlich ständig her wenn hier keine spawnerin weiß ich nicht die glibbern einfach hier rum glibbern hier einfach rum sagt er ja irgendwo lang hier geht es nicht lang ok wenn er ist links lang hier jetzt aber auch nicht weiter gut wenn ihr vorne geht noch eine treppe runter hier ist auch ja nichts toll 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 dann haben wir eine treppe hoch ne auch nicht naja gar nicht kapten flausch ich mir hier drunter ne verschwindet so lass hier lang glaubt da ist ein boss ja wir haben kann ja links anfangen aber es ist egal gleich das ist egal boss ist boss ja aber hier bist du hin ich hab doch gesagt ich gehe linken wir sind dazu glibbys anstatt beieinander zu bleiben du haust du mal ab das ist echt widerlich warum jetzt beide eingangen nehmen oder nicht ok weg ja auch mit steinen zu werfen du sack ja wenn du den spawner abbaust dann kommen auch noch ein paar glibbys raus ja ich weiß weil wie du schon sagst die glitschen im boden rum ne ich tauche noch welche einfach auf dem boden auch raus und im boden glitschen hier rum vor allem die explodieren die dinger machen mir aber keinen schaden ne ne ich glaube wenn du mit der rüstung nicht reingehst dann bist du glaube ich so schnell platt nerven wir einfach nur volle kleinen glibbys nö so nerfaktor wie so ein creeper hm 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 das kommt bisher zu mir das geräusch ist so ekelhaft auch torches sind immer gut ein bisschen müll loswerden das torches gefunden hallo ich weiß ja auch ein bisschen müll rein aber durchgebuddelt die ganzen spawner anfangen naja